Moin! Na Kinder, habt ihr gut geschlafen? So Leute! Folgendes Problemchen Ich spiele Hiberdinger Und Das ist ziemlich scheiße Ich musste fast Alle scheiß Punkte 29 In Utility setzen Ich mach mal ein Chat größer für euch Ich hab das Gefühl es wird wieder gut hier Es wird wieder gut Wenigstens darf ich den Turm maxen Wobei ich bin mir gar nicht so sicher ob das gut ist Ich spiele Hiberdinger Alle zwei Jahre sag ich mal Ist ein toller Charakter Kann Türme setzen Und Sachen schießen Ich hab Ich muss mir erstmal wieder Alter Das ist ne Menge Text Wird gut ne? Guck mal hier Ja Fett Grundl Und Erfurt Elf Ich pushe den Jungen einfach übel weit rein Wenn die mich ganken wollen Ja der Kha'Zix dann Kann er leiden gehen ey ohne Scheiß Ok der Turm ist auf jeden Fall stark Alter seht ihr das? Woah Blasted Oh hier krieg immer 3 Gold Utility of Doom So jetzt noch eine schöne Rocket hier Ach ich kann schon zwei Türme bauen Alter Guck mal hier der hier Und der Boots Ja ich muss gucken wie ich mit dem Mana umgehe Ich setze hier einfach übelste Türme auf Doom Oh leil 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 Der spricht hier eh rüber Der spricht hier eh rüber Und dann ist er so dran Oh Gott Den will ich fliegen Nein Ja Nur mit Autohit Good Job Hey lass meine Türme ruhe du Affe Aha Wen haben wir denn da? Das Auge Da kassiert er vom turm des grauens schreckens ich gehe ich habe blumen auf alle da jetzt wird geratzt Ich muss die türme ein bisschen weiter nach vorne platzieren Alter was wird die denn Da kassiert die alte drei türme kann ich bauen Leide 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 Nein ich glaube dann gehe ich auch weg ich musste übrigens als erstes die 5er boots holen Ich bleibe aber so lange bis ich sterbe so aber ich habe ein gutes gefühl in diesem match auch wenn ich heimatdinger spiel der wahrscheinlich tollste Champion über 4 5er schuhe so jetzt muss ich erstmal gucken wie ich zu diesem kack item überhaupt komme hier und heißt es gibt ja ap Nein Im rückgängig Okay, ballern leute ballern Will sie denn wo die macht der mits Aller was hat die gekauft aber die kassiert auch Monsterschaden Machen gemacht Heftig 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 LOL Was ist das denn? LOL Jetzt ist sie so dran ey Oh Gott Ich kann da nicht ran ey, sobald er mich anspringt bin ich tot eigentlich Ich renne dir komplett den Tower ein, Mädel Dass dir das klar ist Die kann nichts machen, die Alte Merkt er das? Oh jetzt habe ich ein Problem Ah verdammt Ja gut da war ich gerade um das war das Problem meine Türme waren gerade kaputt egal Egal Um Wreckler Bauarbeiter So als nächstes Oh nice Nice Ehe abgezogen Als nächstes hier Das ist auch gar nicht mehr über die Andries Das Problem ist eher Heimerdinger Obwohl ich glaube das läuft jetzt Muss halt safe spielen Aber was heißt safe? Muss den einfach nur weg pushen Loll Was macht die denn? Hä? WTF Wo ist meine Türme hin? Wo ist meine Türme hin? Ey knallt Hä? Ey ihr habs nicht gerafft Wo sind meine Türme hin? Ähä Wieso kann die mich so einfach weghauen? Was ist passiert? Ok aber aber läuft Läuf Ich will Ich will scherben Oh, nice flash. Farmtechnisch mach ich sehr übel platt, da hab ich doppelt so viel Ja, most farm ingame Aber ist ja gar nicht so gut, ey. Was, du willst meinen Tower pushen? MEIN TOWER, hä? Aber geht's ja noch gut? Oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh Gott Oh Gott, die machen ja gar keinen Schaden, meine Türme AHHHHH Nö, ey, nö, wir hauen ab, Fünfer Schuhe, Fünfer Schuhe Fünfer Schuhe, Fünfer Schuhe Der ist das Item auf, Heimerdinger Ich baue jetzt einfach weiter mein Imperium aus Mein Imperium auf der Toplane So, aber ich hab das Gefühl meinen Türmern irgendwie keinen Schaden Also nicht so wie ich das gewohnt bin von Heimerdinger Was ist hier, was ist hier, oh Gott Türme bauen, schnell Ja, 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 ja Die kann nix machen Hä, was willst du machen? Was willst du machen? Wieder deine Freunde holen? Hä? Hä? Geh nach Hause, Viora, ey Passt keine Freunde Ich bin der Räuden-Splasher Hast du verstanden? Wobei ihr, ihr Ulti ist ja übelster Hardcounter gegen mich Oder? Oh Gott, in der Mitte rollen sie gerade auf Oh, da kommt noch wer Oh, da kommt noch wer Oh, tötet ihn, tötet ihn Oh, unsichtbar, Alter Oh, Junge Ah Full AP hätte ich das easy gewonnen Aber mit Oh, Regler, Alter Wrecker Regler Ey, keine Ahnung, wie die Kacke heißt Die kauft niemand Es gibt bestimmt ein paar Experten Loll, das ist voll OP Das kann Tower deaktivieren Loll Ich bin selber Tower Boy Mach immer Split Push auf Doom Scheißegal Heimerdinger auf Doom So Ballern Der Tower geht jetzt richtig schnell runter, Jungs Ja, was willst du tun, Junge Was willst du tun, hä? Bist du dir da sicher, K6? Bist du dir sicher? Alter, die Türme gehen ja Der, der Tower Fokus, mein Tower Ja, gestunnt Jetzt aber Oh Gott Sie geht einfach mit in den Tower rein Und er kriegt den Kill, natürlich So Easy Wirst du? Einfach Split Pushen Die können einen nicht aufhalten Oh, die hat Probleme Ah! 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 Oh Gott Oh Gott Ezreal, das war kein... Mach doch einen Outfit! Taunt! Nein Ja, nein, vielleicht Oh Gott Ah! Ich, äh, äh Gehe Pushen Oh mir, das hier Das hilft mir richtig weiter Und jetzt ein Item Was richtig viel bringt Passt auf, Jungs Schön Langschwert Geil Das brauche ich jetzt Das brauche ich jetzt Aber meine, meine, meinen CS Der geht, ey Also wir fählen es zu den anderen Das wünsche ich einfach niemandem Aber ich bin der Rollensplasher Versteht ihr, was ich meine? Hier wird nicht umsonst geräudelt Komm, hier den und den und den und den Und den Da, Kassier Oh! Was ist das denn? Was ist das denn? Komm, hier den kriegt er auch noch Ihr wollt sicher, dass ihr hier drin fighten wollt? Hä? Sicher? Sicher? Ich glaube nein Ich glaube nein Das ist einfach echt Also Teamfight in Heimerdingers Turm Empfehle ich keinem hier an dieser Stelle Alter, die libt long Schnappt sie Sehr schön Komm, hier Zack Einfach mal deaktiviert Ey, da oben Rackler ist voll übel Auf Heimerdinger Turrets gegen Turrets So siehts aus So was muss ich mir holen? Ach ja Hahaha Hahaha Ah Oh! Noch ein gutes Item Easy win Doch das wollte ich schon immer machen mit Heimerdinger Das kommt bestimmt gut Aber der Skin sieht echt geil aus Voll der alternative Boy Hier, wacht auf meine Kinder Was willst du denn hier wieder? Hä? Ja, cool Und jetzt? Was ist das denn? Komm, Bait, Bait of Doom Ihr könnt es schaffen Versucht es Los Los Tötet mich Na los Aha Oh, Alter, da kassiert die Braut Ohoho Nice Watt, der hat nicht genug Range Oh lol Ah Da will ich zu viel, oder? Cage Cage Oh Oh Die Morgana kann mir Ja, jetzt hat sie Ray Okay, die stirbt Lol, Ramos hat den Drachen Hä? Die war hier noch? Hä? So, es geht weiter mit schönen Items von Hand of Blood Stößeln Geil Geil, 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 geil Zucker Zucker Glasur Push rein Push rein Da Hier, jetzt wird gepusht Und weg Oh Gott Oh Gott Daneben Und jetzt? Hä? Ohhhh I see that What you did there Natürlich hatte ich wieder Okay, aber Oh, ich hab nen Taub bekommen Ich hab nichts gesagt Creepy Heimerdinger hier wieder aufm Weg Ich bin halt gestorben Weil ich keine Turm already hatte Weil ich die zum pushen gemacht hab Geil genommen hab Und das ist okay Oh fuck Ich muss meine Schuhe noch ausbauen Äh, was brauch ich? Captain 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 Warte mal, da kann ich hier den hier machen Ah, der Captain wollte ich schon immer mal haben Oh, das ist natürlich ne nice combo, eh ornos Das ist Protein Und die Diese, dieser CC Erwann Egal Ich hab übel zur Trauer Auch du Töte den! Jaaaa Kinder Sehr schön Heilter dieser Riesentower Macht so einen Schaden Lol 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 Ruhig bleiben Boah Boah So easy, so läuft das hier im Auenland. Also Heimerdinger ist schon top tierpick, denk ich. Fuck, was mach ich denn jetzt? Okay, gut, dass sie die Kette gefehlt hat, ey. Katha nimmt den Red Buff. Danke. So, hier komm, weil ich so viel AD hab und liebe und mag. Leide. Scheiße. Push mit! Push mit! Try hard! Push mit! Alter, oh Gott, wie Reuden ist die, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, 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 immer langsam. Alter, ich hatte nix ready, ey. Ich hatte keinen Turm auf Lager, weil ich da wieder drei Türme setzen muss. Voll, ja, easy kill. Oh Gott, ey. Ey, die haben da alle abgeholt und nicht den Nip gemacht. Alter, ich hab fünf Aufladungen! Wurf! So weit jetzt? Frozen Heart, komm mal an. Ne? Weil, äh, gut. Das ist nämlich, ja. Boah, ich feiere halt immer, indem ich zu den falschen Augenblicken zu viel Türme setze. Die Leona eben hätte ich noch klatschen können. Allein der Champ! Ich mein, wer spielt sowas? Juhu! Ich bin hier! Boah! Boah, die will einfach nur mich, ey. Die wird eins. Oh, jetzt kommt der dicke Tower! Der ganz dicke! Alter! Neun Aufladung! Neun, Alter! Neun! Oh, jetzt, jetzt push ich rein, Mädel, ey. Jetzt gehen wir nach Saarbrücken, ne? Oh, hier, zeig mal den hier. Was? Boah, Alter! Wird die weggeknallt! Beide Tower machen einfach ihre Fähigkeit drauf. Komm, hier. Oben Wrecker. Hm? Und jetzt? Aha. Aha. Das hab ich mir schon gedacht, nämlich. Warte mal, ich krieg doch mehr Lauftempo, wenn ich das Ding voll hab, oder? Ja! Alter! Und mit Fünfer-Boots. Uncatchable. Deswegen hab ich das Item gekauft, Freunde. Ahhhh. Also... Keine Ahnung, als Support kann ich ihn mir vorstellen. Wobei, auf der Lane zackst du, glaub ich, überall. Alter, dieser fette Tower. Der macht so einen Schaden, ey. Guck dir das an, hier. Was dir passiert? Du bist einfach der Push-Gott. Komm, hier. Hard, Hard-Try. Hard-Try-Mode-On. Alter, bin ich jetzt sogar auf ner fucking Winning Streak in Bronze Bravery. Die letzten drei Games gewonnen. Blaze it! Mit Heimerdinger. Ja, Leute, was lernen wir da raus? Wir können mit jedem Champ gewinnen. Ja? Ihr müsst es nur wollen. Ich meine, ich hatte... Ich meine, ich hatte... Also, im Nachhinein war der Ohm-Ohm-Rackler wirklich... Also, ich hab ihn halt so gespielt, dass er useful ist. Eigentlich ist das Item... Alles so an der Grenze. Aber wenn man halt wirklich so spielt, Heimerdinger, schön auf Push mit vielen Türmen und dann Tower deaktivieren und so... Ist schon worth. So, Liandry ist auch gut. Die Fünferboots waren einfach eh, Alter. Und ich hatte neun Stack auf. Ja, Leute. Das war ne letzte Runde Bronze Bravery. Ich hoffe, wir hatten alles Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hol da rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.